Du fragst dich, was du als Fachinformatiker für Systemintegration machst? Welche Aufgaben du übernimmst, wie viel du verdienst und ob die Ausbildung zu dir passt, findest du in diesem Video heraus. Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung? Dann komm auf studyflix.de und finde Zehntausende offene Ausbildungsstellen. Fachinformatiker für Systemintegration sind Experten für die IT-Ausstattung von Unternehmen. Wir verraten dir die Top 3 Gründe, warum du Fachinformatiker werden solltest. Erstens warten auf dich jeden Tag neue IT-Herausforderungen. Denn Unternehmen entwickeln sich fortlaufend weiter und brauchen somit ständig Updates und neue IT-Lösungen von Spezialisten wie dir. Zweitens ist der Beruf des Fachinformatikers absolut zukunftsorientiert. Denn eine Firma ohne Computer kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das Beste? Dir steht eine vielversprechende Karriere bevor. Du kannst nicht nur mit einem hohen Gehalt rechnen, sondern auch von verschiedenen Aufstiegschancen profitieren. Dich interessiert, wie viel du als Fachinformatiker für Systemintegration verdienst? Unser Gehaltscheck zeigt dir, mit wie viel Geld du für deine Arbeit belohnt wirst. Dein erstes Geld als Fachinformatiker für Systemintegration bekommst du schon in der Ausbildung. In der Metall- und Elektroindustrie verdienst du im ersten Jahr 1.040 Euro pro Monat. Im zweiten Jahr steigt deine Vergütung auf 1.100 Euro und im dritten und letzten Jahr auf 1.200 Euro. Nach deiner Ausbildung steigst du mit 3.300 Euro brutto pro Monat ins Berufsleben ein. Als IT-Experte kannst du sogar mehr als 5.900 Euro im Monat verdienen. Damit gehörst du zu den Bestverdienern deiner Branche. Das klingt gut? Dann schauen wir uns an, was dich im Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration erwartet. Zuerst besprechst du mit deinen Kunden, welche Anforderungen das neue IT-System haben soll. Dann schaust du dir die Büroräume des Unternehmens an und entwickelst einen Plan. Deinen Plan setzt du in die Tat um, indem du Hardware wie Computer und Drucker aufbaust und verkabelst. Software, also Apps und Betriebssysteme, installierst du auf den Geräten. Im IT-Support bist du der Ansprechpartner für IT-Probleme. Egal ob der PC hängt, Updates installiert werden müssen oder Systemfehler auftreten. Du bist zur Stelle und kannst helfen. Wie du ein IT-System aufbaust, lernst du in deiner dreijährigen dualen Ausbildung. Nach bestandener Abschlussprüfung darfst du dich staatlich anerkannter Fachinformatiker für Systemintegration nennen. Aber wie steht es um deine Zukunftschancen? Sehr gut! Denn Fachinformatiker ist der Beruf, um Karriere in der IT-Branche zu machen. Erstens findest du besonders schnell einen Job, denn Fachinformatiker sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Und zweitens hast du verschiedene Möglichkeiten, die Karriereleiter weiter hinaufzuklettern. Machst du eine Weiterbildung zum Techniker für Informatik, hast du den Überblick über die komplette IT-Ausstattung eines Unternehmens. Als IT-Fachwirt berechnest du mit speziellen Softwares Einnahmen, Ausgaben und Gewinne. Hast du ein Abitur oder Fachabitur, kannst du nach der Ausbildung sogar Informatik studieren und zum Experten für Programmieren und die Softwareentwicklung werden. Mit unserem Selbstcheck findest du heraus, ob Fachinformatiker für Systemintegration der richtige Beruf für dich ist. Beantworte dir dafür einfach die folgenden Fragen. Macht dir die Arbeit mit Computern Spaß? Fällt es dir leicht, selbstständig zu arbeiten? Hast du Ahnung von Software und Hardware? Steckst du voller Ideen? Wenn du mindestens drei der Fragen mit Ja beantworten konntest und einen Realschulabschluss oder das Abitur in der Tasche hast, dann steht deiner Karriere als Fachinformatiker für Systemintegration nichts mehr im Weg. Dich interessiert die Elektronik hinter den Computern? Dann schaue dir unbedingt unser Video zur Ausbildung zum Elektroniker an. Bis gleich! Dir hat das Video gefallen? Dann komm auf studyflix.de und finde den Beruf, der genau zu dir passt.